Herzlich Willkommen zu diesem REL Miniguide. REL ist das Ergebnis grausamer Experimente der Schwarzen Rose, die sie in eine lebende Waffe verwandelt haben. Aktuell spielt man sie auf der Botlane als Support und sie gehört der Kategorie der Tanks an. Ihre Stärke liegt nicht im Unterstützen des ADCs, sondern vielmehr darin, die Gegner auf der Stelle zu halten und sie daran zu hindern, Schaden zu verursachen. Insgesamt hat sie eine geringe Schwierigkeit und verursacht überwiegend magischen Schaden. Da REL ein richtiger Tank ist, bringt sie eine enorme Robustheit mit, macht selber aber wenig Schaden. Zu wirklich glänzen wird REL eher im späteren Spielverlauf, wenn sie in Teamkämpfen so viele Gegner wie möglich auf einmal in ihrem Band zieht. Das war's jetzt aber erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der passive Blut und Eisen. REL greift insgesamt langsam an. Sie raubt aber bei Treffern ihrem Ziel einen Teil der Rüstung und Magie Resistent und verursacht dabei zusätzlichen Schaden, abhängig von der geraubten Menge. Bei der Q stößt REL mit ihrer Lanze zu, fügt Einheiten in einer Reihe magischen Schaden zu und zerstört ihre Schilde. Bei der ersten getroffenen Einheit wird zusätzlich Resistenzraub von Blut und Eisen ausgelöst. Wenn REL außerdem mit Anziehen und Abstoßen, also der E, an einen verbündeten Champion gebunden ist, stellen beide Champions für jeden getroffenen Gegner mit der Q leben wieder her. Kommen wir zur W. Diese Fähigkeit lässt sich in eine passive und aktive aufteilen. Bei der passiven erhält REL zusätzliches Lauftempo, wenn sie mit ihrem Reittier unterwegs ist und zusätzliche Rüstung und Magie Resistenz, wenn sie es in ihre Rüstung verwandelt. Solltet ihr diese Fähigkeit aber aktivieren, nimmt REL eine andere Form an und setzt abhängig davon eine andere Fähigkeit ein. In ihrer Reitform springt REL ab und schützt sich mit ihrer Rüstung. Gegner werden dabei betäubt und sie erhält einen starken Schild. Bei ihrer robusten Form, also ohne dem Pferd, erschafft REL ihr Reittier, erhält einen Lauftemposchub und schleudert den nächsten Gegner, den sie angreift, hinter sich. Die E ist ihr Anziehen und Abstoßen. REL bindet einen Teil ihrer Rüstung an einen verbündeten Champion und gewährt ihm in ihrer Nähe Rüstung und Magie Resistenz. Während REL auf diese Weise mit einem Verbündeten verbunden ist, kann sie diese Fähigkeit reaktivieren, ohne einen verbündeten Champion anzuvisieren, um die Verbindung zu trennen und dabei getroffene Gegner zu betäuben. Zum Schluss zur Ultimate. REL entfesselt einen gewaltigen Magnetsturm, der Gegner in der Nähe ruckartig in ihre Richtung zieht. Danach zieht REL für kurze Zeit kontinuierlich nahe Gegner zu sich heran und fügt ihnen magischen Schaden über Zeit zu. Als Abschluss haben wir euch noch ein Dashboard für REL zusammengestellt, damit ihr sofort ins Game starten könnt. Solltet ihr etwas nicht mehr aktuell sein, dann schreibt doch bitte einen Kommentar mit Hashtag outdated in die Kommentare, damit wir das Video updaten können. Vielen Dank! Das war's dann auch schon mit unserem REL Miniguide. Wenn euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like und ein Abo da und schaut gerne in die Miniguide Playlist rein. Dort haben wir alle Champions einmal durchgemacht. Weitere Contents wie Guides, Tierlist oder Streams findet ihr auf unserem Kanal. Viel Spaß!